So, und ich würde sagen, das Grundgerüst steht. Das ist gut, weil da hinten geht die Sonne unter. Okay, Abmarsch. Und erstmal wieder, ne, Schlummi fix machen. So, und dann kann ich gleich schon mal hier so eine Hacke mitnehmen und die Samen. So, okay, also was? Feldhacke, Gott, die hat ja auch bald hinter sich hier. Gut, legen wir mal da hin und dann nehmen wir die zweite lieber gleich mit. Und, äh, da ist ein Samen, wo ist denn, wo ist denn, da, Grünzeug. Ah ja, hier, das sind auch die Weizen, die ich dann da runtergeholt habe, nachdem ich da ein Stockwerk draufgebaut habe, aufs Weizenfeld. Das ist gut, weil, das ist gut. Da kann ich mir gerade mal Futter von machen auch. Habe ja nichts mehr. Ist ja hier wie bei armen Leuten, ne? So, Brot. Her mit dir. 14 Stück, super. Das reicht mir erstmal. Okay. Huch. Komm her, du Maus. Meine Maus will nicht so, wie ich will. Okay, dann den Rest zurück. Ähm, da, 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 da ist der Samen. Na, 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 na. Äh, ja, was wollte ich? Ach so, Pennen. Ja, gut Nacht. Ach, nee, komm, jetzt nicht hier Monster in der Nähe. Ich will schlafen. Ach, kein Scheiß, wo sind denn hier Monster? Ich höre gar nichts. Hallo? Komm, lass mich pennen. Ach, scheiße. Das könnt ihr mir da jetzt nicht antun. Ich will schlafen. Oh, nee. Wird jemand Monster? Ich höre keine. Hier ist doch gar nichts. Hier vielleicht? Nein. Kein Grunzen, kein Starren, kein Schnacken. Mann. Lass mich schlafen. Oh, endlich. Gut Nacht. Mei, ei, ei. Gar nicht so einfach ins Bett zu kommen, ehrlich. So, da brennt ein Skelett. Schön. Und die Spinne hängt daneben. So, habe ich denn jetzt mal alles hier? Hehehehehehehehe. Ja, gut. Ja, traue ich mich jetzt mal hier raus? Ich sollte mal die Bäume da abmachen. Das ist ja hier... Ja, Spinne, okay. Gehen wir mal los. Hoffen wir aufs Beste, dass wir hier nicht überfallen werden. Super, das Skelett hat sich da ins Wasser gemacht. Dem haben wahrscheinlich auch die Füße gebrannt. Da hat sie es gedacht. Oh, ich gehe mal ein bisschen ins Wasser, ein bisschen planchen. Füße abkühlen. Hallo, Spinne. Hau bloß ab und lass mich hier in Frieden. Ähm, so. Ich muss jetzt... mich mal hier um die Verkabelung kümmern. Ja, kaputt. Genau. Wieder viel zu viel gearbeitet hier, als schon das Werkzeug gleich wieder im Eimer ist. Schön. Ja, wenn ich so weitermache hier mit meinen ganzen Sachen, dann habe ich den Berg wirklich irgendwann abgetragen. Komplett. Schön. Komm her. Alles weg. Okay. Und abwärts. Plopp, plopp, plopp. So, die Verkabelung. So, die Verkabelung. Mal gucken. Da ist der Wasserlauf. Und ich weiß, dass ich das nicht berühren darf. Deswegen muss ich noch eins weiter rein. Da geht's dann raus, im Prinzip, ne? Sehe ich richtig? Ja. So, dann wollen wir mal gucken. Äh, ja. Schon wieder kaputt. Habe ich den jetzt noch? Ach ja, gut. Spitzhacken habe ich ja beim letzten Mal da hinten. Naja. Achso, nein. Ah, nein. Ich treffe die Tasten wieder nicht. Spitzhacken hatte ich ja genug gemacht. Und Gottes Glück auch, wenn's ein Versehen war. Oh, da komme ich da nicht dran. Wieso komme ich denn hier nicht raus? Scheiße. Ein Dreckmist. Ich muss doch nur hier raus. Komme ich da oben irgendwo raus? Und da? Och, Leute. Wo geht's denn hier raus? Kann doch jetzt nicht so schwer sein. So, hier komme ich jetzt überhaupt nicht mehr hoch. Oh, Mädel. Ex. Da geht's hoch. Hm, hm. Ach ja, das ist nicht einfach. Muss ich jetzt wirklich hier hoch? Das kann doch nicht sein, ey. Hm. So, na gut. Wartet mal ab. Ähm, dam 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 dam. Denk denk. Erde. So. Und dann, ähm, da baue ich mich mal hoch. Dann gucke ich jetzt erstmal hier oben. Komm, hübs mal hoch. Hopf. Hopf. So. Ja, hier will ich rauskommen. Alter, ist das so weit? Scheiße. Reicht doch niemand. Aha. Hier muss ich... Hier muss ich rauskommen. Ach ja. da will ich rauskommen. Das heißt, so, so und so, ne? Ja. So oder so ähnlich. Okay. Ähm, Redstone. 11, das reicht doch niemals. Das reicht doch niemals. Mann ey, warum dann nicht? 5, 4, 3, 2, 1, Scheiße. Ach, Mann, oh, ich wusste es. Einen noch. Das war's. Hier gibt's nicht. Aus die Maus. Verdammt. Äh, de, 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 de. Na gut. Äh, dann mach ich das erstmal anders. Ich will das ja ausprobieren. Dann setz' ich da... So, das geht eigentlich, ne? So, und da kommt jetzt der... Wo ist er denn jetzt hier? Der Hebel? Okay. Mal gucken. Stopp. Äh. Wieso? Hm? Ach so, der kriegt hier hinten nicht mehr den Strom ab. Ahaha, das hab ich mir ja schon fast gedacht. Müssen wir da nochmal so einen Repeater-Dingsbums zwischenschalten, ne? Wo denn am besten? Hier vielleicht. Oh, das hat sich gut angehört. Ähm, hab ich den Redstone jetzt mitgenommen? Ja, okay. Mal gucken. Ja! Ah, juhu! Alle sind oben. Das war ja einfach. Uh, ich sammle mal die Erde ein. Äh, 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 äh. Ja, gut, cool. Oh, ich bin ganz stolz. Äh, so. Nimm, 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 nimm. Jetzt mach ich mal dazu. Und zwar hier... Das Wasser. Erstmal so. Das darf sich ja nachher, wie gesagt, nicht berühren. Sonst ist ja hier alles gleich überflutet in alle Himmelsrichtungen. Also müsste das jetzt so sein, ne? Sehe ich das richtig? Ja. Und jetzt, äh, die, 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 wo ist denn mein Eimer? Nehmen wir mal da hin. Gehen wir mal, ups, Wasser holen. Und dann können wir das schon testen. Und wehe, das klappt nicht. Dann ist hier Polen offen, das sag ich euch. So, komm, ne, ja. Was kommt da hin? Ja, vielleicht hätte ich mir mal hier so einen, äh, unendlichen Wasserbrunnen-Dings machen sollen. Aber gut, hab ich jetzt nicht. Dann gehen wir jetzt halt öfter. Was soll's. Jeder Gang macht schlank. So, das da. Das funktioniert bestimmt auch jetzt schon, ne? Aber ich mag das so nicht. Ich will das schön haben. Ich möchte, dass das glattes Wasser da oben ist. Gott, wir haben ja Zeit. Jetzt hab ich so lange keine gescheite Weizenfarme gehabt. Jetzt kommt's auf die paar Sekunden hier ja auch nicht an. So, das da und dann noch einmal, ne? Hm, 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 hm. So, das muss aber jetzt reichen. Da? Ne, warum ist das jetzt nicht beruhigt? Ach, Manu. Was war's da hin? Ah, okay, so passt. Der ist ein Enderman, ja, nicht angucken. Hab ich jetzt, äh, ne, will ich jetzt nicht. So, wollen wir das mal testen? Test, test, und los. Ah, der schließt ja gar nicht bis hier vorne. What the fuck? Okay, es fließt nicht bis da vorne. Macht ja nix. Ich hab ja ne Schaufel, ne? Wie geht das? Ah ja, da läuft das jetzt da hin schon. Okay, holen wir mal das hier weg. So, dann läuft das nach da. Ja. Ähm, ja, wie mach ich das denn jetzt hier? So? So? Aber ich glaube, das macht nix, weil das muss hier sowieso noch einstiefer. Machen wir das mal so. Ah, jetzt fließt das nämlich schon automatisch da hin. Und dann kommt das noch weg. Und eigentlich könnte das jetzt schon die Mitte sein. Ja, super. Okay. Okay, ist das gut? Nein, das muss noch einstiefer, oder? Ah, mjam, 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 mjam. Ähm. Ich glaube, das muss auch noch weg. Kann das sein? Ich weiß gerade nicht, weil... Huch, nicht ins Wasser. Ich das wegmache. Und jetzt da, wartet mal. Da den Stein. Liest das da noch? Ja. Und da. Okay, es fließt noch. Das ist gut. Das ist gut. Untertitelung des ZDF, 2020